Oben ein Loch reingekrammelt, da war mehr Wasser drin, als ich erwartet hätte Wieso haben wir den roten... es ist Blutmond Blutmond, ja Ja, es ist Blutmond Ich hab mal eben nur das Haus verrammelt, weil... ...hätte ich jetzt keine Lust Ja, ja, da war bisher aber... ...einer, aber... So, dann nehme ich jetzt auch mal einen Spelank hier und dann geht's wieder weiter Ja, toll Ja Außer Drecks Palladium Das hier unten ist das hier... Das ist LED, das hier unten ist auch LED Nee, links rote ist das... Ja, da drunter, unter dem LED ist ein Kram, den ich haben will Okay Oh, hier ist schon wieder eine Spinnenhöhle, oh mein Gott Oh nein, ne Ehrlich? Ja, ja, siehst du noch Warte mal, will ich mich oben zumachen? Ja, ich lass das Wasser gerade Ja, ne... ne Claymore ist... Da haben wir da gar nicht alles unter Wasser, oder? Oh, woher geht noch Was ist das denn da links? Guck mal da links, siehst du das? Diese komischen leuchtenden Sachen Abgesehen von der Kiste, die da unten ist Äh... Aber was ist das da links denn? Was ist das? Diese Spinneneindeuter Ach, da sind so die ganz normale... Wie so Vasen Ach, da sind Thron in der... Ah, okay Ach, Thron soll schon, äh... Ja, Vasen, genau Und schon wieder Schuhspikes Kannst du ein bisschen mehr Fackeln setzen? Ja Damit Okay, aber... Ja, ja, ja Schon wir die Kiste brauchen Wir haben also schon tausende davon Nein, nur, dass man nicht mehr durcheinander kommt Dass wir die Kiste machen... Da ist auch noch eine Stadt, die ich noch haben möchte Ja, und das ist noch eine Kiste Kannst du gerne aufmachen Dann ist es schon Lava Toll, Aua Ah, okay Es ist uninteressant Es braucht einfach nur einen Drill mit 200% Pickaxe Ja, ja Welcher ist denn das? Weil... Ja, immer noch die Jacks, oder? Die Jacks hat 190 Ja Ah, okay Der Lichter nur 190 Ich hab letztens gesehen, dass es den noch gibt Aber den Baut man wahrscheinlich jetzt irgendwie aus Irgendwut Den kann man wahrscheinlich nicht mehr aus 10.3 Dills machen, sondern... Wahrscheinlich Anders Led Der Cloud in der Boddelbahn, der Kiste Oh, super Cool, ja Neh, neh, neh Neh, neh, neh Neh, neh, neh Neh, neh, neh Hallos, Geled 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 hat berufen müssen Oh mein Gott, da war's, da war ich schon tief, ne, oh, ja, ja, Gold, Gold, Saphir, ach, auf der Karte, lol, auf der Karte, Willem, angestellt hat er dich, hast du gesehen? Ja, lol, ok, da vorne ist Saphir, haha, sorry, Kalko, ja, ich geh nach links, und ich geh nach Gold noch mit, wegen Goldohr und so, ich mein, man gleitet ja durch wie durch Butter, warum ist das jetzt nicht so, na, nicht viel, aber ein bisschen, hab ich da schon, besser als gar nichts, von oben kommt irgendein Vieh, alter, wie man sich hier durchgräbt mit den Titeln, ja, das ist Wahnsinn, und auch das, auch egal, komm, Alter, drrrrrr, ja, ich glaube, am schnellsten gräbt man sich echt durch, so, hier, er, nicht er, so, hier, durch Edelsteine, da gräbt man sich echt so, drrrrrr, mhm, oh, ich hab kein Platz mehr, aber ich hab'n Dynamit, da zünd' ich mal, oh, oh, weg hier, Amethyst, einmal durchbohren, mhm, das ist echt mal verankt, Kalk, 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 Ah, a pickaxe, ja, es ist egal, ah, oh, ton of light, hier in das hollowgebiet, Titanium Achja, da oben ist noch mehr Titanium So, worum wir hier sind, hier ist auf jeden Fall wieder Hollow-Gebiet, das ist halt doof, wie ich finde Perfect, dann Geübtes Auge erspänt Titanium Ja, meinst du auch Aber da muss ich mich noch durchgraben und die Kackfledermäuse nerven, wie es sonst wird What? Äh, bitte was? Piraten Piraten? Piraten? Oh shit, kommt ihr zurück? Hm, wenn ich dieses Titanium hier abgebaut habe, kann ich zurück Die möchte ich mir dann doch mal angucken, die Piraten Ich bin bei ihm und weg Oh, das ist noch mehr Titanium, also super Ähm Hallöschön Hi Wo kommen sie denn? Von Westen Wo kommt sie denn? Von Westen Wo kommt sie zurück? Ja Wir warten mal Depositoren Äh, nochmal Achso Ja, das erste war glaube ich eine Ankündigung, warte Pirates Lass die bald kommen Oh ja, oh mein Gott da kommt Ah! Da ist Polly The Pirates have arrived Oh Hin noch Aufmachen die Hütten hier Aua Ja Aua, wieso kommen die von beiden Seiten hier, Alter? Ja Ja Komm die, mein Gott, die Kamekombi Schießen Sana du warst slain Okay, ich muss äh Ah, hier ist ein Masterpirat drin Nein Au Alter Loil Da ist ein Masterpirat drin Der Piratencaptain Der macht ein bisschen mehr Schaden, wenn der schießt, pass auf Aua Ich sag doch, der macht ein bisschen mehr Schaden Ja, was soll ich machen? Ich hab hier Oh okay WOHOHOHO Alter, Boy Wie viel Schaden der macht Autsch Autsch Welcher von den SN-MPCs wurde denn jetzt getötet Aua Okay AALTER Bearschen Was passiert da?! Wohohohohoho, der Schikert der Maschinenbistole, Alter Ja, ja da ist noch ne weitere links, ne ganz harte Ich komm zu meinen Sachen nicht, ich kann nicht viel machen Au Die Tusi? Ja Komm, wir gleich mal gucken, dass ich irgendwie zu meinen Sachen... Oh mein Gott, von rechts, rechts, rechts Ist frei, ist frei, jetzt könntest du gehen Ich brauch hier eine Waffe auf eins Au, 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 au Alter Alter, leckt mich Was ist das hier da? Ja gut, mit dem Schwer geht es echt ganz gut, Alter Dann hat mir den Schaden Oh, ist von hinten, ey Macht mal nochmal den Weg frei, dann versuche ich nochmal was zu dir zu tun Die Regenwolke, da hält gerade die Stellung Unten ist immer noch die Beraten, Captain, bei unserem Loot Ja, der geht gerade noch nicht Ja, ist das anders Komm Kommt, komm. Ah, jetzt kommt schon wieder ein Neuer first my foot 6 Komm schon mal du dich wie rechts, bitte Warte Warte. Ah! Fuck. Ah egal, jetzt hast du sowas von mir eingesammelt. Ah, ich hab schon mal wieder irgendwas zum Schießen, ist gut. Autsch. Autsch. Wovon krieg ich nen Schaden von mir? Tu sie, schieß. Autsch, Autsch, Autsch! Das überlebe ich! Okay, das ist eher noch die Schaden, soll ich mal. Oh ja. Rechts. Was ist das denn? Autsch. Zoll. Okay, ich muss mich heilen, geht nirgends. Pass auf. Au, au, au. Kein Mana, ich krieg keine Rüstung an nix. Du hast genau euren Rüstungsteil von mir. Das ist voll unpraktisch. Was, 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 was? Das ist n Rüstungsteil von mir, die Brustplatte. Autsch, cool, nimm uns da. Brustplatte, Brustplatte, Brustplatte. Wie pink müsst ihr die sein? Warte. Hab ich jetzt grad nicht gesehen. Warte. Warte, ich kann jetzt verteidigen, ja. Oh Gott, da kommt noch n Captain. Ping, 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 ping... Hä? Ja, dann liegt das da vielleicht doch noch n Fehler. Hilfe! Hilfe! Autsch, 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 autsch. Noch n Captain? Ja, noch n Captain. Ist n anderen getötet, oder? Ohhhh. Oh nein. Oh nein. Die Piraten sind haftisch. Haftisch, Alter. Lass mich zuerst hin, meine Sachen sind zuerst hier. LOL. Okay. Okay, meine Sachen sind ganz rechts raus. Oh mein Gott, instant tot einfach. Wo den Polly macht Schaden, ne? Ja. Ja, unsere ganzen NPC stellen, ne? Ja, unsere ganzen NPC stellen, ne? Alle unsere... Bau bitte mit dem Hammer nix ab. Äh, ja. Ich brauchte die Waffe. Alter. Warte, hier. Ja. Bitte, rechts sind meine Sachen... Ich bin ne Waffe gegeben. Was du gesehen hast. Na, ich hab wieder mal nen Stab. Ich kann schon mal mit ihr rausmachen. Warte. Jawohl. Oh nein. Lass mich verarschen. Wir müssen nachher so hart aufräumen, aber wir müssen erstmal überleben hier den Scheiß. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Da. Warte, komm zu mir, komm zu mir. Ich hab da, ich hab da nen Stab. Ich hab da nen Stab. Aua. 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 Ich komm nicht so weit, ey. Ich fall nie, mach so vor wie die Tür zu Lufori. Aua. 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 Hila. Aua. Alter. Nein. Nooooo. Nun mein Gott. Sind deine ganzen Sachen jetzt in der Hölle? Nie, nicht alle, ein paar. Einterjäger ins Estados. Wichtig von Katis. Ey, warum aufsammeln um denn weggehen? Hab ich Geld, um mich zu heilen? there hab ich sie. So, was hab ich denn jetzt tolles hier. Wow, Kanonenkugel. Da, der Stab. Und das hier. Ja, ist egal. Warte, warte, hier, den hier. Das ist zwar theoretisch magisch, aber dann hast du den hier so rot. Alter, da liegt so viel Zug von euch rum in den Raum. Was ist das göttlich, göttlich. Du hast keine Sachen, die nicht wissen, wie man das da ist, Mann. So, du brauchst keine Ahnung. Warte, was denn? Ja? Nummer 1, geh dich heilen. Sorry. Wieso geht H nicht? Willst du mich verarschen mal jetzt? Mana, ganz viele Mana-Sterne da unten. Oh, ja. Au, 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 au! Der hat Maschinengebär. Toll. Okay, die sind echt hart, Alter. Oh, ja. Ist das mal zu Ende hier? Weiß nicht. Mami, mach Ende! Oh, und er nimmt immer Mana weg, ey. Ja, Poli! Au, 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 au! Oh! Oh, ich glaub, ich hab den noch erwischt. Ja, und der ist... Ne, der ist immer noch ab. Ich wär hier unten. Ja, der hier unten. Ja, der hier unten. Und der Käpt'n? Käpt'n. Ich hab aber irgendwie grad wieder ein Lag oder so. Aber ich kann den... Wieso konnte ich den Mana ständig einsammeln? The fuck? Hä? Versteh ich jetzt nicht. What? What is? The fuck? What's denn? Lag. Lag. Also ich hätte den Lag. Du schützt dich, Kollege. Alter Schwede. Da nehmen wir echt noch viele bei uns im Haus. Oh, ja. Alter. Komm, E-Poli. Alter, 3-Poli. Wieso hab ich 3x99 Steine in meinem Elementar? Wer hat denn die mitgehabt? Äh, ich hatte ein paar mit, aber nicht so viele. Ja? So, das dann. Komm mal runter. Alter Fatal. So. Da eins. Da eins. Oh, irgendjemand hat noch ne... Kann ich grad auszertieren, sonst komm ich nicht weiter. Ja, 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 ja. So, das ist dein Helm, das ist mein Helm, das ist meins. So, Rüstungsset hab ich voll. Dein Spiegel. Alter Schwede. Kannst du die ganzen NPCs wieder in die richtigen Stellen positionieren? Äh, ja, ich muss selber noch gucken. Achso, ich dachte, ich muss schon wieder fertig sein. Ich hab halt bis grad gekämpft. Äh, da. Ja. Äh. 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 Boah. Was müsste deins dann... Alter. Äh, sicher? Weil ich hab schon eins. Okay. Welches hast du denn? Ich hatte das mit plus zwei Prozent Schaden. Na dann, ähm. Geben wir das kurz zurück. So, warte. Ich komm sofort wieder. Ja, da draußen ist noch Zeug. Ja, ich weiß. Das will ich halt holen, damit ich wieder weiter sortieren kann. Ah, genau. Das hatte ich, das hatte ich. Ja, ich möchte das hier mehr machen. Sicherer. Ist da ne goldene Toilette? Ist das... Ja, irgendwas wird da getroppt. Irgendwas goldenes hab ich jetzt noch mal gesehen. Wir haben ganz viel goldenen Krimskrams irgendwie. Keine Ahnung. Ich hab jetzt nix eingesammelt, aber da wird einiges getroppt. Ja, ich hab ganz viel goldenen Kram getroppt. BAM! Zack! Ne goldene Toilette. Hört die jemanden? Was? Palladium Pickaxe. Hast du ihm gehört? Ich weiß, ob ich noch meine so war. Das dürfte deine sein. Ich hab noch nen Drill gehabt, der irgendwo... Achso, stimmt. Warte da. So. So. Was ist hier dran? Oh, im Übrigen. Ich hab was für dich. Für mich oder für ihn? Für ihn. Hier. Oh Gott. Was ist denn gewesen? Ein Cutlass. Ah, suchen. Ein Cutlass. Ein Cutlass. Cutlass. Ja, Cut. Yes, 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 yes. Er ist vor allem die ganze Zeit. Die ganzen Sachen einsortieren hier. So. Irgendwo haben sie doch Möbel da. Oh mein Gott. Ganz genau. Okay, ich hab neuer Schwer, glaub ich. Und was hast du denn? Ah, wobei... Ah, was ist... Ups. Wer hat denn jetzt was gesoffen? Ich, aus Versehen. Wo waren denn die Banner? Hier waren die Banner. Hm, was ist denn jetzt schwer? Oh, der Knight's Edge kann ganz weg. Irgendwo hier ne... Truhe mit Nahkampfwaffen? Ja. Die erste, ne? Ja. Weiß nicht, ob die erste ist, aber auf jeden Fall eine. Guck ich die Knight's Edge. Hm. Da guck ich gleich einfach. So, dort hab ich, dort hab ich. So, dort hab ich meine erste Zeile schon mal fertig. Anzieh diese Sachen. Potions sind bei mir irgendwie alle weg. Egal. Ja, Potions gucken wir gleich auch. Quicksack erstmal, ne? Ich geh grad auch komplett durch und Quicksack einfach alles, was ich finde, Mann. So, hier kommt... Kurz mal weg. So. Ah, die ganzen Pfeile endlich weg, ey. Mhm, mhm, mhm. Ah. Da müssen einige Stacks voll sein, wahrscheinlich. Big Stacks, hier sind Schäcker. Danke. Ah, so langsam lichtet sich das Feld hier. Was hat denn Angry Moon Charm? Du kannst da holen, tu mir wohl. Wenn nein. Ja, ja. Und es gibt noch eins, wo du zum Mermaid wirst und das kannst du kombinieren. Dann wirst du Nacht zum Werewolf und im Wasser zum Mermaid. Okay, bringt dir halt irgendwas? Keine Ahnung. Ja. Ich sag immer mal... Ähm... ... ... Ja.